Hey Leute, beruf mich an Forky. Forky? Oh mein Gott, da ist Forky! Forky! Forky? Bitte gib mein Gamey zurück! Ich will dich! Ich brauch mein Gamey! Ich will mich nicht Es tut mir leid, dass ich diese Wude-Puppe gemacht hab um 3 Uhr nachts Bei dir Es tut mir leid, ich wollte dich wirklich nicht damit beleidigen, ich will einfach nur in unseren Gamy zurück Am verlassenen Haus Ich kenn die Stelle, bekomm ich da mein Gamy? Komm sofort Ok, Forky, bitte lass mich in Frieden, was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan, damit du so böse zu mir bist? Ich komm jetzt noch vorbei, ich versuche unser Gamy zu bekommen Bis gleich Leute, ihr habt es gehört, Forky hat mich gerade angerufen, so ist das Video losgegangen Wir haben es ein bisschen übertrieben im letzten Video, ich blende nochmal ganz kurz die Szene ein Tak, da habt ihr es gesehen, wir haben halt wirklich einfach mal eine Wude-Puppe gemacht Ich weiß nicht, was bei mir da echt im Kopf vorgegangen ist, einfach mal eine Wude-Puppe zu machen Weil Forky war wirklich nicht gut drauf zu sprechen Und es wird immer schwerer, unseren Gamy wieder zu bekommen Aber ich will unseren Gamy so schnell wie es geht bekommen Deswegen hat ja Forky gerade gesagt, er gibt mir noch eine Chance Und ich hoffe wirklich, dass wir unser Gamy bekommen Weil, ich weiß nicht, ohne Gamy ist das Leben nicht so schön wie mit Gamy Deswegen würde ich sagen, wir reden nicht so lange rum Ich pack noch kurz meine Aldi-Tasche Und ich würde sagen, Leute, let's go Let's go, Leute Leute, die Zeit rennt, es ist noch hell, wir müssen uns wirklich beeilen So Leute, wir sind endlich im Auto und fahren jetzt endlich zum Forky Ich bin echt schon aufgeregt Leute, da vorne steht hier wieder der Peter Ey, warum treffe ich den so oft? Ganz kurz mal Ey, yo, Peter Bro, was geht? Was machst du hier? Bisschen spazieren gehen Ey, Peter, ich habe ja auch gesehen, du hast auch mittlerweile richtige Probleme mit Forky Der war gestern bei mir, der war im Koffer vom Game Master Das Video von Peter wird jetzt hier oben eingeblendet Schaut auf jeden Fall mal ab, Peter, ich muss los Ja Ich muss meinen Gamy retten Ja, wir telefonieren, tschau 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 Okay, Leute, oh mein Gott Schau mal an, die Straße Wo führt uns hier Forky hin? Ich steig mal ganz kurz raus und tu den Baum weg Ich hoffe, wir finden unseren Gamy Wo sind wir hier? Mein Gott Wir müssen unseren Gamy finden Mein Gott, nicht, dass er hier drin ist Schnell raus Schnell raus Guck Leute Mein Gott Irgendwo hier muss sich der Gamy befinden In einem der verschiedenen Etagen Wir sind hier total lost Ich sollte mich wirklich Langsam mal echt beeilen den Gamy zu finden Wo hat mich Forky hier hingeführt? Das kann doch nicht sein, dass dieser kleine Typ hier drin ist Mein Gott, ey, der schaut alles so gruselig aus Ich sollte vielleicht mal hier reingehen Er hat gemeint in ein Haus Entweder hier Hier ist auch eine Tür Oder dann doch hier Die einzige Möglichkeit ist die Hütte hier Ich muss dort reingehen Hier muss sich Gamy befinden Mein Gott, ey, das ist so düster Wie komme ich hier nur rein? Ich hoffe, dass Gamy wirklich da drin ist Wo sind wir hier? Gamy, ich komme Wo bringt der mich hin? Da ist das Haus Hier muss sich wirklich Gamy befinden Und der wirklich Forky hat den hergebracht Ich kann mir das nicht vorstellen Denn er ist doch so klein Hier kommt man nicht rein Gamy? Ich muss auf die andere Seite Oh mein Gott, Gamy Oh mein Gott, Gamy Gamy, wo bist du hier? Ich weiß es nicht Wo hast du dich hier versteckt? Ich weiß es nicht, Kamberg Wer war das? Ich glaube es war Forky Es muss er gewesen sein War das Forky? Ja, Kamberg Er war es Gamy Bist du hier in dem vor den gruseligen Haus Wie hast du es geschafft hier her zu kommen? Kamberg, es war richtig schwer gewesen Das war wirklich Forky gewesen? Er war es hundertprozentig, Kamberg Wie hat er dich hier hergebracht? Er ist doch einfach nur ein kleines Lebewesen Das kann doch nicht möglich sein Wie ist das passiert, Gamy? Lass du schnell wie es geht hier rausgehen, Gamy Oder siehst du hier irgendwas? Was? Da vorne ist er, Kamberg Ich sehe ihn Da vorne ist er, oder was? Da ist Forky, Kamberg Mein Gott, da ist Forky Kamberg, schau Da vorne ist er Lass du schnell wie es geht hier Come on, Gamy Kamberg Gamy, er ist weg Gamy Der war doch hier gewesen Ich habe ihn gesehen Ich bin mir hundertprozentig sicher Der war hier Er ist weg, Kamberg Vor dein Haus Wir sollten auch gehen langsam Ich bin weg Wo ist er hin, Gamy? Ich weiß es nicht Es wird auch langsam spät Richtig spät Wir sollten gehen Oh Gott, die Sonne geht auch schon wieder unter Oh, Kamberg Ich würde sagen, Gamy Lass du schnell wie es geht verschwenden Okay Lass weg von hier Vorge mir, Kamberg Ist mir echt zu heikel jetzt So schnell wie es geht raus, Gamy Oh, pass auf, wir sind fallen Oh, ich seh's Wir sind fallen Oh, Kamberg Wo ist dein Auto? Hier sind fallen, Gamy Oh, ich seh's, Jesus Pass auf Wer hat die aufgestellt? Wer stellt zu fallen hier auf? Kamberg Danke, dass du mich geholt hast Gamy, so schnell wie es geht zum Auto Okay Ich renne, Kamberg Kamberg Kamberg, da ist Forky Du sagst, da ist Forky Da ist er Du hast recht, Gamy Da ist Forky Da ist er Du hast recht, Gamy Was willst du, Forky? Geh weg Du hast mein Gamy gegeben Lass mich in Frieden Was willst du noch? Geh weg Was willst du? Geh weg Was willst du von mir, Forky? Lass mich in Frieden Lass mich in Frieden Lass mich in Frieden Okay, ich geh Ich geh, Forky Okay, Leute, ihr habt's gehört Forky hat gesagt, wir sollen gehen Ich würde sagen, dann machen wir das auch So schnell wie es geht, Leute Geh weg Geh weg Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg davon, Gamy. Es ist nicht kaputt, ich danke dir. Ey, was ist da passiert, ey? Das war einmal richtig gruselig. Ich weiß, Kaputt. Ist das wirklich Forky gewesen? Ich weiß, Kaputt. Gamy, es tut mir wirklich... So leid, Gamy, dass ich dich alleingelassen habe. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe das wirklich nicht vorgehabt, Gamy. Ich habe das nicht vorgehabt, Gamy. Ach gut, dass du wieder da bist. Ich habe unseren Gamy wieder. Ich bin echt richtig froh, dass wir ihn endlich wieder bekommen haben. Ihr seht, es wird langsam dunkel und ich weiß nicht, wo wir sind. Da oben sind voll die kaputten Sachen hier in der Gegend. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Wenn der Barkeeper uns in der Wohnung wartet, das wäre natürlich richtig, richtig schlimm. Zum Ende vergessen wir was ganz Wichtiges. Lasst gerne mal wirklich ein Like da. Ansonsten grüßen wir bei diesem Video noch ein. Der Kommentar wird jetzt hier oben eingeblendet. Für alle anderen. Hashtag lokalativ, Hashtag ComebackDefo. Und ich würde sagen, Gamy, wir packen es, oder? Wir haben ja auch hier oben. Wir sind ja auch hier oben. Wir seren lieben. Bis zum Ende.